Hallo, hier ist wieder Tomeka und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem, ja, nennen wir es Info-Video. Und zwar habe ich ja jetzt zwei Tage lang nichts gemacht. Das lag daran, ich habe jetzt endlich mein System upgraden können, updaten, upgraden, umbauen. Und ja, wir hatten natürlich zwischendurch Probleme, da ich von einer Intel-Struktur auf eine AMD-Struktur umgestiegen bin, mit meiner Festplatte, die aber ja die Treiber von Intel noch drauf hatte, logischerweise. Und ja, jetzt mussten wir das alles erstmal korrigieren. Letzten Endes mussten wir sogar Windows neu drauf machen. Naja, gut, okay, aber was soll's, ne? Und, ähm, naja, jetzt ist halt das neue System, oder was ist, neues System, aber halt aufgerüstetes System. Das ist jetzt soweit fertig, läuft. Ich werde jetzt auch, wenn die Aufnahme geglückt ist, gleich hochladen und natürlich versuchen, gleich noch Postal aufzunehmen und mal schauen, ob Drain Fever jetzt wieder funktioniert. Sozusagen, dass ich jetzt mein Hauptprojekt wieder aufnehmen kann, weil ich hab's ja schon ein bisschen vermisst. Ich hab gestern getestet, mal kurz ohne Aufnahme geht's auf jeden Fall. Mit Aufnahme weiß ich nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, ich danke natürlich, dass ihr jetzt wieder zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr kennt euch natürlich einmal in Projekten, dann weiterhin erfreuen. Na, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, bis später. Schaut wieder vorbei. Atomica klingt sich aus. Bye, bye. Bye.